Schulze Hamptierbedarf bietet sehr hochwertiges Futter für Hund und Katze an, aber auch Katzenstreu und Spielzeug. Das heißt, nur das Beste fürs Tier. Die Herausforderungen hier im Lager sind vor allem Fehler, die im Tagesgeschäft entstehen, zu vermeiden. Wir wollten eine smarte Lösung entwickeln, unsere Scan4Cloud, die es den Mitarbeitern im Lager einfacher macht. Und da nutzen wir auch die SAP Cloud Plattform, um unsere eigene Cloud DNA zu integrieren. Der Mitarbeiter hat eine Kommissionierliste über die App und kann dann mit dem Bediengerät den Artikel über die Barcodes einscannen, die jeweilige Stückzahl bestimmt. Das kann er dann per App bestätigen und dementsprechend zeitgleich ist das aus dem System ausgebucht. So eine Lösung, die muss letztendlich intuitiv und schnell bedienbar sein. Wischen, länger drücken und all diese gewohnten Bewegungen, die wir eben vom Smartphone kennen, die finden wir auch in der Scan4Cloud wieder. Die Mitarbeiter arbeiten sehr gerne mit der App. Die haben dann sofort gesehen, okay, wenn es Probleme gab, zeigt die App ja sogar die Fehler an. Das heißt, man bekommt sofort eine Rückmeldung. Mit Schulzer Heimtierbedarf sind wir hier relativ früh in Kontakt gekommen. Also eigentlich kurz nachdem wir uns entschieden haben, die Scan4Cloud zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit All4Cloud war sehr gut. Viele Sachen, die wir angeregt haben, wurden sofort umgesetzt und die Unterstützung war jederzeit da. Sie sind ein digitales Unternehmen und werden auch in Zukunft immer digitaler werden.